Hallo, Herzen und Herzen, hier ist ein Nuclear-Throne-Let's-Play. Von mir ist Sean-Wer. Das letzte Mal sind wir voll weit gekommen, haben den Eisboss besiegst, aber leider daran auch nur verreckt. Und dieses Mal, wenn wir wieder Crystal nehmen, einfach nur weil das so viel AP hat. Und mir ist auch gefallen, ich habe den Rechtsblick, die Fähigkeit von dem überhaupt gar nicht eingesetzt. Und vielleicht hätte mir das sogar das Leben retten können, so ein paar Mal. Aber, naja, pff, wer braucht schon, naja, so eine schlaue Idee gewesen. Na ja, nicht so wichtig. Wir lernen ja immer noch. Und irgendwie finde ich die Fähigkeit eh nicht so gut jetzt. In mancher Situation bestimmt verdammt nützlich, aber, hm, ich weiß nicht. Und, huch, ich frage mich, ob ich hier noch ein Level abkomme, hoffentlich. Ah, gut, hier, ah, ja. Da sind ja, ach man. Wie mache ich das? Ah, boom. Oh, so, gefährlich. Nicht so nah an die Gegner, aber wenn ich den getötet hätte, dann wäre voll viel Zeugs gekommen von den Gegnern. Na egal. Äh, ja. Nehmen wir das, die Leichen rumfliegen. Ist gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen, in manchen Situationen. Zum Beispiel bei den Ratten ist es ziemlich nützlich, weil es so enge Korridore sind. Oder in Eisler kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Oh. Oha, ist es. Killed es gleich alle kleinen Viecher. Oha, cool. Es gibt so viel. Oh, das kleine Viecher killt. Nein. Oh, oh je. Und? Und? Okay, sehr schön. Ich kenne es cool. So, schauen wir mal. Disco. Nein. Bloß nicht. Slugger. Ach so. Die. Ah. Brauche ich nicht. Slugger hat mir zu wenig Munition. Nehme ich lieber nicht. Da ist mir sogar die normale Pistole gerade im Moment lieber. Und? Oha, okay. Du. Oh. Alter. Darum ist die verreckt. Ey, was? Du darfst nicht. Das ist gegen die Regel. Er ist einfach wiedergekommen aus dem Boden. Respawn. Nein. Full, kein Respawn. Oh yeah. Hier kommt es schon wieder der Bandit, oder war es das letzte Mal? Und? Was war da los? Okay, cool. Da steht zwar jetzt nicht alles genau, aber... Hä, es ist eine Krone? Ne, oder? Keine Ahnung. Aha, ich hab's doch gewusst, du Sack. Was machst du denn da? Uh. Uh. Stirb. Alter, flieg endlich. Oh Gott. Oh. Schnell einfach mal durch rumrennen. Und... Mit Leichen schießen. Immer eine gute Idee. Boom. Der wurde zerstört. Nicht mal Schaden genommen. So langsam... Ja, so langsam kommt's. So langsam kommt der Skill ange... Was weiß ich. Was haben wir Skill macht? Oh Gott. Oh. Oh. Verdammt. Huh. Nein. Oh, okay. Das ist da hinten. Puh. Ich wollte nicht... So, halt. Okay. Die Laserpischle ist schon cool. Aber... Das hier auch. Aber das hat nicht so viel Moni. Ich geh einfach weiter. Ah, wenn wir jetzt der Roboter, den hätte ich spielen sollen. Na egal. Nein, nicht Last Wish. Hm, das gibt's denn so. Ja, mehr HP von Medikids. Warum nicht? Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Hm. Oh Gott. Warte, was hab ich jetzt? Ich hab meine Laserpischle ausgerüstet. Oh, oh. Oh, man. Weniger Gegner leben, der auch ganz nützlich. Letztes Mal war das echt für Daphis. Ah. Nicht. Und... Ach nee, wir haben ja gar keine Methode, uns zu halten jetzt. Schaut mich auf. Das ist gar nicht gut. Ja, gut, okay, Medikids und die sind jetzt sogar jetzt besser. Aber trotzdem. Hm. Breck. Mann. Drecksvieh. Okay, geht doch. Die haben jetzt wieder zu viel Leben, Mann. Drei Schüsse wie der Ratte, Mann. Egal. Wir werden's schon überleben. Hoffe ich. Hey. Okay. Uh. Skill. Uh. Explodieren. Oh Gott. Voll die Kettenreaktion, voll cool. Okay. Ich hoffe, dass das nicht verletzt ist. Gut, weil sonst hätten wir die rote Kiste nicht... Aha. Den kann, okay. Wir können hier rein. So, was gibt's hier? Crossbow. Äh. Nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht wirklich so super toll. Also, keine Ahnung. Ganz lustig eigentlich. Ich mag den Crossbow. Vor allem diesen einen megacool Crossbow, der voll megacool rumschießt. Der wohl öfter schießt. So vier oder fünf Schüsse oder wie ich will das waren. In so einer Sideway nach vorne. Der ist cool. Oh, was gibt's denn? Äh. Oh, Mann. So langweiliges Zeug. Ne, einfach langsamere Gegner Bullets. Weil zwei Waffenkisten bringen jetzt nicht so viel, weil bei meistens eh nur Müll rauskommt. Und auch nie. Oh, okay. Soll ich nicht in der Nähe davon. Ich mach erstmal hier oben. Schön frei und so. Oh, was geht mit dem? Oh, der lebt noch. Sag' er. Doof. Was hätte ich was du mitgemacht? Was hätte du mitgemacht? So. Schön Deckung nehmen. Deckung ist viel wichtiger als man denkt in dem Spiel. Also erstmal erwartet. Au. Die Flammenherden-Typ ist voll gruselig. Mann. Das wird gruselig, aber. Ah. Das Feuer, das geht viel weiter als ich eigentlich erwarte. Oh Mann, stirb. Drecks. Sniper. Doofa Camper, Mann. Oh Mann, nein. Geh weg, du Rabe. Niemand mag dich da, okay? Niemand mag dich allgemein Rabe. So. Was geht hier los? Ab. Stirb. Hm. Ich brauch' Life-Steel. Ich brauch' wirklich Life-Steel als Bony. Oder Life-Steel ist es nicht so cool. Und. Okay. Ah. So. Lieber die Dings nehmen. Was soll's? War ja. Hm. Ich weiß nicht. Alter. Ich weiß nicht. Die Munition von dem wird so knapp sein. Ich nehm's lieber nicht. Auch wenn's schlau wär wahrscheinlich. Aber ich hab' Angst vor der Munition. Oh. Ja. Weitergekommen. Jetzt kommt schon irgendwas mit Leben. Ah. Ist ja schön. Ich will gar nicht wissen, was das andere ist. Weil das ist echt unglaublich wichtig. Auch wenn man es nicht glaubt. Aber ist so. Uhuh. Für mich ist es auf jeden Fall unglaublich wichtig. Vielleicht ist da Leute, die sich denken, na, ist ein total nutzlos, weil ich krieg' eh kein Schaden. Du bist ein Card Club. Aber naja, ich bin noch nicht so gut in dem Spiel, wie ich noch haben wollen würde vielleicht. Und ich will das Tiger nicht aktivieren. Darauf hab' ich jetzt überhaupt kein Bock. Obwohl es das Schiff... Nein, das hat alles immer so einen Nachteil, auch manchmal. Und ja, gut, der Blau ist ganz lustig, aber so viel Munition haben soll, darf ich jetzt nicht. Oh, stopp. Boom. Ach nee, da ist ja noch so einer. Die vermehrt sich. Du, gehst da weg, okay? Oh Gott. Na, kam kurz hin. Hm. So. Zum Glück haben wir das nächste Teil. Den kann er... Das kann er nicht zurückhauen. Und wie, das war es noch nicht? Wo ist denn auch was? Oh. Das viele alles müssen... Können wir wahrscheinlich in Ruhe lassen. Ah, hier oben. Geht auch. So. Wir haben jetzt auch unsere publige Pistole. Wie in normalen Munition. Sag ich mal. Hm. Okay. Ah. Hier geht's. Wieder viel zu viel. Ah. Nein. Nein. Ah. Nein. Zu viel. Zu gefährlich. Ah. Mann. Das war überhaupt keine Möglichkeit, Deckung zu haben. Ich hätte es noch schaffen können, weil... Aber... Ich habe mich doof angestellt. Aber... Das war gerade echt... Böse. Aber ich mache einfach mal Restart. Haben wir noch genug Zeit, würde ich sagen. Und... Oh Mann. Mann. Egal. Vielleicht kriegen wir dieses Mal coolere Bonis. Weil ich war jetzt nicht so zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Und... Ich muss zufrieden mit der Zeit, weil... Allein der Skill reicht nicht. Um das so perfekt durchzukommen für mich. Und... Die haben so eine komische Farbe. Es ist der Grüne. Nein, es ist gar nicht so gut. Also ich dachte, der Grüne ist glaube ich unten. Wahrscheinlich kriege ich jetzt schon irgendwelche Wahnvorstellungen, dass die auch noch verschiedene Farben haben oder sowas. Alter. Verstehen. Okay. Rote Kiste. Gebt mir was Gutes. Ne. Ich bin unzufrieden. Whee. Oh. Okay. Nur einer. Und du bist es hier. Ah. Ich dachte gerade, ich habe schon Schaden genommen. Das wäre peinlich gewesen. So, was gibt es denn? Äh. Werte, wenn ich jetzt das nehme, kriege ich keine Energiewaffe. Ich nehme es einfach mal, weil der Rest jetzt nicht wirklich so super ist, um ehrlich zu sein. Äh. Stimmt. Sterbt. Wuhu. Wuhu. Oh. Stimmt. Crossbow. Oh. So viel XP. Nicht ignorieren. Die tolle XP. So. Eine schöne Sache. Die Level-Up sind echt cool. Weil er echt gute Boonie bekommen kann. Und. Ich mache es einfach so. Nein, komm an die Wand. Ja, kommt auch länger. Ach, komm. Ja. Brav. Sehr brav. Ähm. Du kannst auch hier hochkommen. Komm schon. Ich habe nicht die ganze Tagzeit. So. Geht er. Puh, 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 puh. So. Ist hier irgendwas cooles? Nein. Ich will den mithaben. Ich kriege ihn. Sehr gut. Okay. Weg damit und. Au. Verdammt. Nein. Erstmal das kleine Zeug weg. Wenn ich nicht. Diese unglaublich starke Moffe brauche. Nein. Da hat sich einer den Weg gestellt. Egal. Ach Gott, nein. Ah. Ah. Ah, lass mich Ruhe. Ich bin nicht so zufrieden mit meiner Position im Moment. Wird gern woanders hin. Ich bin nicht so zufrieden mit meiner Position. Wahrscheinlich fang ich jetzt sogar einen Schaden zu bekommen. Das wäre eigentlich, das würde passen, dass ich dadurch, wenn ich zufrieden bin, auf einmal abkacke. Weil das war gerade echt gut gespielt. Was soll ich schon sagen? Selbstlob stinkt, aber manchmal ist es auch nötig. Nein, nicht wirklich. Egal. Egal. Okay. Oh. Das war ein bisschen Nervenaufreiben und alles ist so ruhig hier. Oh. Ah, der Grenade Launcher ist so nice. Sollte nur aufpassen, dass man sich nicht selbst umbringt. Oh, viel mehr HP. Das war... Oh. So, was gibt's denn hier für eine coole Waffe? Nääääh. Na, Kampf-Waffe mit Munition finde ich jetzt nicht so cool. Ich weiß, hört sich verrückt an, er ist aber so. Boom. Ey, eilige. Er hat es, oh, einfach überlebt. Und so Juggernaut vielleicht, wir müssen sich jetzt unter Beweis stellen. Weil ich doof erwischt werde. Da unten gibt es nichts. Ich brauche aber wieder Lifestyle. Wäre ziemlich nützlich. Denke ich mal. Hat mir die letzte Walle auch ziemlich oft das Leben gerettet. Und ohne das wäre ich nie irgendwann mal so weit gekommen, wie, keine Ahnung, wie jeden Rando ich so weit gekommen bin, wahrscheinlich. Keine Ahnung, wer weiß. So, was gibt es denn jetzt? Mehr Item-Jobs. Man, ich will eine Energiewaffe. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Oh Gott. Oh. Das war gefährlich platziert. Oh. Verpiss dich. Oh. Okay, was gibt es hier oben? Nur. Voll Ätzbar. Blöde Flammwerfer überall. Egal. Oh. Warte mal. Ich muss gar keine Angst haben. Als erstes hast du dir das Auto. So. Ohne ich sorge dafür, dass es echt nur hier. Sehr nice. Stirbt. Stirbt ihr Schweine. Ihr Krähen der Finsternis. Okay. Boom. Voll cool. Die Explosion. Voll. Die fühlt sich einfach richtig an. Es war das Richtige. Die Welt explodieren zu lassen. Was ist nicht. Hm. Shotgun. Na. Nee. Ja. Ich habe nicht allzu viel davon zu haben. Ich glaube, das war die Munition da. Egal. Die Polizkrieg gerade sowieso die ganze Zeit wie Heu. Komischerweise. So. Boom. Ah nein. Warum muss er noch schießen? Oh. 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 Ah. Ich bin zu dumm. Die Dummheit tut weh. Wieso mache ich sowas? So. Oh Gott. Jetzt habe ich ein Lebensproblem. Vielleicht nicht ein Lastwisch? Nein. Ich kriege gar keine Lover ab. Oh je. Und jetzt bin ich jetzt beim Boss? Ah. Gut. Bin ich beim Boss? Oh Gott. Ah. Toll. Ja gut. Okay. Aber ich werde auch doofahrgerannt. Oh Mann. Egal. Ich komme mir auf jeden Fall schon mal vor, als würde ich besser spielen. Und ich hätte es wahrscheinlich auch überlebt, hätte ich mich nicht selber abgeschossen mit dem Granatenwerfer. Und allein zu sagen, ich fühle mich, als würde ich besser spielen, aber ich habe mich mit dem Granatenwerfer abgeschossen, ist schon ziemlich beinhundert. Aber nicht so schlimm. Ich weiß nicht. Es lohnt sich jetzt eigentlich auch nicht, wieder einen Runner zu fahren, weil wenn der wirklich ein guter Run ist, dann reichen 5 Minuten nicht. Und wenn es ein schlechter Run ist, dann lohnt es sich sowieso nicht, Mann. Es ist ein schlechter Run, Mann. Egal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.